Was ist das Recht des Staates? Das ist das Völkerrecht. Und das dritte ist das besondere Recht der Europäischen Union, das Unionsrecht. Und dann haben wir begonnen uns mit dem staatlichen Recht zu befassen, denn das staatliche Recht, das Recht des Staates, ist ja das, was wir so landläufig als Recht verstehen und es hat auch die größte Bedeutung für uns. Nun, zum Staatsrecht haben wir dann die Frage gestellt, was ist eigentlich Recht? Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Normen des Staates das Recht sind. Die Normen des Staates sind die Rechtsnormen. Und das Besondere an diesen Rechtsnormen ist, dass sie mit körperlicher Gewalt durchgesetzt werden können. Der Staat beansprucht ja das Monopol körperlicher Gewalt für sich. Das ist also der Staat und diese Vorstellung, dass der Staat nur das Recht macht und nur das ist Recht, was vom Staat kommt, haben wir Rechtspositivismus genannt. Das war das erste Kapitel. Im zweiten Kapitel haben wir uns die Frage gestellt, dass es natürlich gute Gründe gibt, warum wir die Menschen das erdulden, dass der Staat das Machtmonopol hat, das Gewaltmonopol hat. Der Grund ist, dass dadurch eine Gesellschaft geschaffen werden kann, die möglichst frei von körperlicher Gewalt ist. Und das ist gut. Aber wir haben Bedenken, dass das Gewaltmonopol des Staates vielleicht nicht seriös eingesetzt wird, sondern das Gewaltmonopol des Staates in einer Art und Weise eingesetzt wird, die sich gegen uns richtet und willkürlich gegen uns verwendet wird. Daher haben wir uns gefragt, wenn wir schon erdulden, dass der Staat das Gewaltmonopol hat, ob wir nicht Regeln brauchen, damit der Staat seine Macht, die er hat, seine Allmacht, die er hat, nicht missbraucht und sich gegen uns wendet. Und diese Idee haben wir Verfassung genannt. Die Verfassung sind also Normen, Rechtsnormen, die die Ausübung des Staates, die Ausübung der Staatsgewalt reglementieren, die also den Staat und seine Gewalt domestizieren. Also, das war Verfassung und dann haben wir gesehen, dass wir Verfassung im formellen Sinn verstehen und dass, wenn unsere Rechtsordnung von Verfassung spricht, sie Verfassung im formellen Sinn meint. Das sind also die Gesetze, die mit Zweidrittelmehrheit nur eingesetzt werden dürfen und auch nur mit Zweidrittelmehrheit abgeschafft werden können und die dem einfachen Recht vorgehen. Das ist unsere Verfassung, Verfassung im formellen Sinn. Aber wenn wir fragen, was schreiben wir denn da in die Verfassung hinein, damit wir die Macht des Staates domestizieren, dann brauchen wir Vorstellungen, was wir inhaltlich von Verfassung verstehen. Und daher haben wir auch von einem politischen Begriff der Verfassung im materiellen Sinn gesprochen. Und der rührt her vom Konstitutionalismus des 19. Jahrhunderts. Der Konstitutionalismus ist also eine politische Bewegung gewesen, die also verlangt hat, dass die Macht des Staates, die Allmacht des Staates durch bestimmte Regeln eingegrenzt wird. Und wenn wir dann überlegt haben, was denn diese Regeln sein könnten, die die Allmacht des Staates begrenzen, dann haben wir vier Punkte erarbeitet. Erstens haben wir gesagt, wir wollen einen gewaltenteiligen Staat, also die Staatsteilgewalt auf verschiedene Institutionen verteilen, damit nicht eine allmächtige Organisation, sondern kleinere Organisationen mit jeweils weniger Macht uns gegenüberstehen. Das war der eine Gesichtspunkt. Und der zweite Gesichtspunkt, dass wir natürlich hoffen können, dass im politischen Alltag sich diese Teilorganisationen wechselseitig behindern, wechselseitig kontrollieren, sodass also auch die Macht der drei eingeschränkt ist, die müssen sich mit sich selbst befassen, müssen überhaupt erst dort einmal ihre Ideen durchbringen und dann bleibt das für uns über, was wir ertragen können. Also wir haben gesagt, Gewaltenteilung. Dann der zweite Punkt war die Demokratie. Wenn wir das Volk, die Macht des Staates, die Allmacht des Staates ertragen wollen, aus gutem Grund, weil wir die gewaltfreie Gesellschaft haben wollen, dann ist das gut, aber dann wollen wir diese Macht des Staates auch selbst reglementieren, zumindest selbst legitimieren. Denn das, was der Staat mit seiner Gewalt anstellt, das ertragen wir ja schließlich auch. Und wenn wir sagen, gut, wir wollen es ertragen, dann wollen wir jedenfalls selbst diese Macht legitimieren. Und das dritte war der Gesichtspunkt, dass wir also jeder, Sie und ich und alle anderen Einzelnen, eine Rechtssphäre um uns tragen, in die der Staat nicht eingreifen darf, in die insbesondere auch der demokratisch legitimierte Staat nicht eingreifen darf. Und das haben wir die Freiheitsrechte, die Grundrechte, die Menschenrechte oder auch wie immer genannt. Also das waren die drei Punkte des Konstitutionalismus. Und dazu haben wir auch noch die Formalisierung des Rechts verlangt. Wir haben gesagt, der, der die Macht hat im Staat, der muss eine gewisse Formalität des Rechts einhalten, sonst kann er die Macht nicht ausüben. Also das Parlament kann natürlich ein Gesetz machen, aber da muss es zuerst aufgeschrieben werden, dann muss es diskutiert werden, dann muss es im Parlament alle Hürden und Ausschüsse nehmen, dann muss es irgendwie zum Bundespräsidenten und dann muss es kundgemacht werden. Und erst wenn diese Formalitäten abgelaufen sind, dann gilt dieses Gesetz. Davor also der vierte Punkt, die Rechtserzeugungsregel. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann wollen wir in den nächsten Kapiteln so nach und nach diese einzelnen Positionen herausgreifen und näher betrachten. Wir wollen uns also fragen, wie schaut das jetzt mit der Demokratie wirklich aus? Wir wollen uns dann fragen, wie ist das eigentlich mit der Gewaltenteilung? Wie schaut es da wirklich aus? Und dann wollen wir fragen, und wie ist das mit den Rechtserzeugungsregeln? Und dann wollen wir fragen, und wie ist das mit den Freiheitsrechten? Also in dieser Reihenfolge wollen wir jetzt diese Überlegungen des Konstitutionalismus jeweils unter die Lupe nehmen und genau betrachten, worum es da geht. Im vierten Kapitel, das wir heute mit zusammen besprechen, geht es also um die Demokratie. Und umschrieben haben wir dieses Kapitel Demokratie und Republik. Denn der Artikel 1 unserer Bundesverfassung sagt, klipp und klar, Österreich ist eine demokratische Republik. Und dann geht es weiter, ihr Recht geht vom Volk aus. Das heißt also, es geht das Recht vom Volk aus, nicht die Gewalt geht vom Volk aus. Das haben wir schon im Sinne des Rechtspositivismus mehrfach besprochen, wie wir das verstehen. Und Chef ist das Volk, also wir sprechen von einer sogenannten Volkssouveränität. Also oberster Machthaber ist das Volk und das bedeutet Demokratie. Die Legitimierung der Macht muss immer vom Volk ausgehen. Wenn wir von Demokratie sprechen, dann haben wir zwei Grundmodelle von Demokratie. Das eine, das würde also sehr puristisch Demokratie und Volkssouveränität bedeuten, heißt also, dass das Volk Entscheidungen trifft, alle Entscheidungen treffen muss, die von Bedeutung sind. Und wie kann das Volk Entscheidungen treffen? Durch Volksabstimmungen. Also es wird eine Frage oder ein Gesetzestext oder sonst etwas genommen und dem Volk zur Abstimmung vorgelegt. Und wenn die Mehrheit derer, die abstimmen, dafür ist, dann gilt es. Und wenn es keine Mehrheit gibt, dann gilt es nicht. Diese Form der Demokratie nennen wir die plebiszitäre Demokratie. Plebiszit ist die Volksabstimmung. Die indirekte Demokratie oder die mittelbare Demokratie, das sind alles entsprechende Synonyme. Also, noch einmal, die plebiszitäre Demokratie ist dort, wo die Volksabstimmung stattfindet. Man hat kein Parlament und daher ist die plebiszitäre Demokratie die unmittelbare Demokratie oder die direkte Demokratie. Das Gegenstück, wo es über das Parlament geht, wäre dann die mittelbare und die indirekte Demokratie, um die Begriffe noch einmal klarzustellen. Ich glaube, ob es sich vorher etwas verdreht. Also, plebiszitäre Demokratie, das Volk entscheidet selbst durch Volksabstimmung und zwar direkt, unmittelbar, ohne das Parlament zu brauchen. Alle Sachentscheidungen trifft das Volk. Nun, bevor wir das noch irgendwie würdigen wollen, wollen wir feststellen, dass eigentlich kaum demokratische Staaten dieses Modell haben. Eine Ausnahme ist die Schweiz, einer unserer Nachbarstaaten. Und in der Schweiz gibt es tatsächlich die Variante, die haben zwar auch Parlament, aber wenn das Volk etwas will, kann es das entsprechend durch eine Volksabstimmung durchsetzen, auch ohne Mitwirkung des Parlaments und auch gegen den ausdrücklichen Willen des Parlaments. Und das ist dann die direkte Demokratie. In der parlamentarischen Demokratie hätte immer das Parlament die Macht und das letzte Wort. Da schließt also nicht aus, dass in der parlamentarischen Demokratie es auch Volksbefragungen, Volksbegehren, auch Volksabstimmungen gibt. Aber der entscheidende Punkt ist, ob es Volksabstimmungen nur dann gibt, wenn das Parlament das will. Und wenn es nicht will, gibt es das nicht. Die direkte Demokratie beginnt erst dort, wo das Volk ohne oder gegen den Willen des Parlaments eine entsprechende Volksabstimmung durchführen kann und diese Volksabstimmung auch wirksam ist. Wenn wir nun fragen, welche Demokratie hat Österreich, dann sehen wir, dass das BVG, B-VG, das Bundesverfassungsgesetz, eine parlamentarische Demokratie eingerichtet hat. Also in Österreich gibt es ein Parlament und damit eine parlamentarische, eine indirekte, eine mittelbare Demokratie. Die Bürger, Sie und ich, sind zwar die Souveränen, der Souveränen des Staates, aber in der mittelbaren Demokratie dürfen wir, Sie und ich, nichts entscheiden. Die Verfassung also sagt, das Volk trifft keine Sachentscheidung. Stattdessen darf das Volk Vertreter, Repräsentanten wählen und diese Repräsentanten treffen sich dann in einem Parlament und das Parlament beschließt dann die Sachentscheidung. Also es wird die Macht des Volkes, etwas zu entscheiden, an das Parlament delegiert. Das ist die mittelbare Demokratie, die parlamentarische Demokratie, die indirekte Demokratie und dieses System hat Österreich. Also Österreich hat ein Parlament und in diesem Parlament werden die Abgeordneten durch das Volk hinein gewählt. Das heißt also, wir müssen uns näher anschauen, was denn das im Einzelnen bedeutet, dass wir eine parlamentarische Demokratie haben. Und das können wir uns hier anschauen. Wir haben also hier einmal das Parlament, es besteht aus Abgeordneten und die Abgeordneten werden durch das Volk ins Parlament gewählt. Dabei ist bemerkenswert, dass wir eine egalitäre Demokratie haben. Was bedeutet egalitäre Demokratie? Nun, die Macht liegt beim Volk und das Volk kann Repräsentanten wählen. Aber wie ist der Einfluss der einzelnen Menschen auf die Politik? Ist der gleich? One man, one vote. Ein Mensch, eine Stimme. Oder sind die Stimmen gewichtet? Also, Adelige zählen mehr. Wer mehr Steuer zahlt, hat mehr Einfluss. Und andere Zensussysteme. Aktuell wird immer wieder diskutiert, Eltern, die mehr Kinder haben, sollen mehr Stimmrecht haben. Ja, das sind so Überlegungen. Das lehnt unsere Verfassung strikt ab. Es gibt eine egalitäre Demokratie. Die Menschen sind sehr unterschiedlich. Sie sind arm, sie sind reich, sie sind gescheit, sie sind dumm, sie sind Männer, sie sind Frauen, sie haben Bildung, sie sind ungebildet. Also, sehr, sehr unterschiedlich sind die Menschen. Aber, und das ist auch so, das will niemand wegleugnen. In einer freien Gesellschaft gibt es auch diese Unterschiede. Aber im politischen, im staatlichen, im politischen Einfluss auf den Staat sind alle Menschen gleich. Ob er schön ist, ob er hässlich ist, ob er reich ist, oder arm ist, ob er adelig ist, oder bürgerlich ist, ob er intelligent ist, oder dumm ist, das ist gleich. Jeder Mensch hat den gleichen politischen Einfluss auf den Staat. Das zeigt sich im Wahlrecht einerseits und andererseits in der Regel, dass jeder Mensch auch jedes politische Amt ausüben darf. Also, der Putzmann kann auch Finanzminister sein, ohne jedwede Ausbildung, Schule, Berufserfahrung oder sonst was. Das ist möglich. Es kommt nur darauf an, dass er das politische Vertrauen der Wähler hat. Wenn er das politische Vertrauen hat, dann ist er im Amt, ohne dass man sonst irgendetwas weiter hinterfragt. Das ist also egalitäre Demokratie und es gibt wirklich sehr viele gute Gründe für eine egalitäre Demokratie. Denn wer sollte dann das qualifizieren? Wer sollte denn sagen, du bist gebildet genug fürs Parlament und du bist ungebildet, du darfst da nicht hinein? Gut, Schule, aber es gibt sehr viele intelligente Menschen, die keine Schule gemacht haben. Und es gibt auch absolute Trottel, die studiert haben. Also, das ist nicht das Kriterium, mit dem eine egalitäre Demokratie umgeht. Also, wir haben eine egalitäre Demokratie und wir wählen, das zeigt sich im Wahlrecht, wir wählen das Parlament aufgrund ganz bestimmter Wahlgrundsätze. Wir wollen uns das jetzt einmal anschauen, welche Wahlgrundsätze wir denn für das Parlament haben. Wahlrechtsgrundsätze, da haben wir mal ein allgemeines Wahlrecht. Ein allgemeines Wahlrecht, wir sagen, dass also jeder wählen darf und gewählt werden kann. Wir haben also ein sogenanntes aktives Wahlrecht, jeder darf wählen, das ist bei uns 16 Jahre. Und wir haben ein passives Wahlrecht, also man darf gewählt werden beim Parlament, beim Nationalrat, muss man das 18. Lebensjahr vollendet haben. Also, allgemeines Wahlrecht, jeder. Aber historisch hat allgemeines Wahlrecht bedeutet, insbesondere, dass Männer und Frauen gleichermaßen wählen dürfen. Denn erst mit der Republik ist durchgehend das Frauenwahlrecht eingeführt worden und das spiegelt sich immer noch historisch im Grundsatz des allgemeinen Wahlrechts. Dann haben wir ein gleiches Wahlrecht, das heißt, jede Stimme wiegt politisch gleich viel. Das schließt nicht aus, dass es im Parlament ein paar so mehrheitsbildende Kriterien gibt, etwa eine 4%-Klausel. Und wer jemanden gewählt hat, eine Liste gewählt hat, die keine 4% bekommt, der hat seine Stimme natürlich vertan. Es gibt kein politisches Gewicht aus dieser Stimme. Die Macht wächst den anderen Parteien zu, aber er hätte ja auch eine wählen können, die hineinkommt. Und insofern ist das Wahlrecht gleich. Dann haben wir ein unmittelbares Wahlrecht, das heißt, es müssen die Abgeordneten sich mit Gesicht dem Wähler stellen. Und der Wähler wählt diese mit dem Gesicht und er wählt nicht irgendwelche Gremien, die dann an seiner Stelle hier den Abgeordneten bestimmen. Also unmittelbares Wahlrecht, der Wähler gibt seine Stimme ab und er muss erkennen können, wen er wählt. Und der ist dann auch gewählt. Kein Dritter kann das verändern. Dann haben wir geheimes Wahlrecht, das heißt, die Stimmabgabe erfolgt nicht offen, sondern in der Wahlzelle versteckt. Das ist ein sehr interessanter Grundsatz. Warum brauchen wir eigentlich ein Geheimniswahlrecht? Und die Antwort ist nicht sehr charmant. Wir sind offensichtlich gesellschaftlich so schwach entwickelt, dass wir unsere Meinung nicht sagen trauen. Und dass uns die Menschen in dem Augenblick, in dem wir unsere Meinung sagen, sanktionieren. Und dann sind wir noch so beieinander, dass wir uns fürchten, von den Menschen sanktioniert zu werden. Und daher dieses Wahlrecht, damit der wirkliche Wählerwille hier herauskommt. Die Verhältnisse könnten natürlich auch so sein, dass es selbstverständlich ist, dass jeder sagen kann, was er wählt und dass das auch jeder respektiert. Nun, wir sind weit davon entfernt, gesellschaftlich, und daher brauchen wir ein geheimes Wahlrecht. Dann gibt es ein persönliches Wahlrecht. Jeder muss also selbst sein Kreuzerl machen, kann nicht die sich stellvertretend lassen. Und er muss selbst in die Wahlzelle kommen. Eine gewisse Durchbrechung oder Ausnahme, Ergänzung des persönlichen Wahlrechts, ist die Briefwahl. Aber das hat eine sonderverfassungsgesetzliche Grundlage. Und dann gibt es das freie Wahlrecht. Und freies Wahlrecht heißt, dass alle grundsätzlich zur Wahl antreten dürfen, insbesondere in der passiven Wahl. Sie dürfen sich der Wahl stellen und sie dürfen auch entsprechend Wahlwerbung treiben. Also, wir haben einmal sechs Grundsätze für die Wahl. Ein allgemeines Wahlrecht, ein gleiches Wahlrecht, ein unmittelbares Wahlrecht, ein geheimes Wahlrecht, ein persönliches Wahlrecht, ein freies Wahlrecht. Und jetzt kommt das siebte, das interessanteste, das wichtigste. Das ist die sogenannte Verhältniswahl oder, wie wir auch sagen, die Listenwahl. Wollen wir ein bisschen der Frage nachgehen, was Verhältniswahl oder Listenwahl bedeutet. Nun, wir gehen davon aus, dass wir ein Parlament haben mit 183 Abgeordneten. Und dann müssen wir 183 Männer und Frauen finden, die halt als Abgeordnete im Parlament tätig sind. Und wie kommt es jetzt demokratisch zu diesen Abgeordneten? Wie erfolgt die Auswahl dieser Abgeordneten? Nun, ein Modell, das naheliegend wäre, würde lauten, gut, wir brauchen 183 Abgeordnete. Daher teilen wir das Staatsgebiet in 183 Wahlkreise ein. Und in jedem Wahlkreis bewerben sich Männer und Frauen um den Posten des Abgeordneten. Und in jedem Wahlkreis wird dann einer gewählt, mit einfacher Mehrheit, relativer Mehrheit, wie auch immer. Eventuell auch in zwei Wahlgängen. Aber aus jedem Wahlkreis kommt dann ein Sieger heraus. Und dieser Sieger ist dann der Abgeordnete in diesem Wahlkreis. Das wäre sehr logisch, setzt aber voraus, dass wir die Politik an die Person binden. Das heißt, wir sehen, der ist nett, wirkt sympathisch, vielleicht hat er auch gute Ideen und diskutieren wir. Und dann sagen wir, ja, den will ich ab. Daran hängt dann das politische Vertrauen. Das Problem dieses einfachen Systems ist allerdings, dass die Partei keine Rolle spielt. Was die Partei will und ob da ein Parteiprogramm einhält oder sonstige Dinge, das spielt hier alles keine Rolle, weil er als Person steht zur Wahl. Und wenn man das jetzt auf die Partei umdenkt und die auch Parteien angehören, diese Menschen, die da gewählt werden, dann wird in jedem Wahlkreis einer gewählt und dann könnte eine Partei, die in jedem Wahlkreis 51% der Stimmen hat, logische mathematische Konsequenzen, 100% der Abgeordneten stellen. Das heißt, dann würden sozusagen 49% der Stimmen politisch unter den Tisch fallen. Natürlich würde es statistisch wohl nie ausgehen, dass eine Partei in allen Wahlkreisen die Mehrheit hat, sondern einige werden dort gewinnen und einige da. Tatsache ist, dass solche Demokratien, die auf einen solchen Wahlrecht, Persönlichkeitswahlrecht nennen wir das, befruhen, eine große Tendenz haben, dass sich Mehrheiten bilden an Mandaten, die eigentlich an Stimmen nicht vorhanden sind. Also Großbritannien, Frankreich, das wären so die Beispiele, alte Demokratien. Und dort ist es im Großen und Ganzen so, dass also der, der im Wahlrecht gewählt wird, ein Abgeordneter ist und da kann man mit 30% der Stimmen insgesamt, jetzt bezogen auf eine Partei, auch schon eine Mandatsmehrheit haben. Das heißt natürlich weiter, dass kleine Parteien, die also Persönlichkeiten aufstellen, die also nicht weiter mit der Partei in Verbindung stehen oder mit einer anderen in Verbindung stehen, dann auch keine Chance haben, gewählt zu werden. Also kleine Parteien kommen dann nicht ins Parlament. Da kann man sagen, das ist wurscht, denn es geht um die Person und den Menschen und der hat jedenfalls die Mehrheit und diese Zuordnung zur Partei ist künstlich. Oder man kann aber sagen, und das sagt unser politisches System, die Politik wird in unserer Demokratie ja nicht durch einzelne Personen formuliert, sondern die Politik wird durch Menschenansammlungen, durch Vereinigung von Menschen formuliert. Gruppen schließen sich zusammen, bilden eine gemeinsame Meinung und bilden eine politische Partei. Und die politische Partei hat also zur Aufgabe, Meinungen zu bündeln und gebündelt zeigen sie sich dann im Parteiprogramm der politischen Partei. Und wenn jetzt Wahlen sind, dann ist es sinnvoller, man gibt ein Parteiprogramm zur Abstimmung, man erzählt den Menschen, wir wollen das und die anderen wollen sagen, wir wollen das. Und dann gibt es einige solche Alternativen, aber eben nur einige, weil die Meinungen bereits gebündelt sind und nicht praktisch jeder da sein eigener Kandidat ist, den man kennen mag, aber auch nicht kennen mag. Also unsere Verfassungsordnung geht davon aus, dass es Parteien gibt, dass es Parteien geben soll, dass Parteien positiv sind, weil sie die Meinungen der Menschen bündeln und dann gebündelt in den politischen Prozess einbringen. Und daher scheint es unserer Verfassung wichtig, dass der Wähler dann auch diese gebündelten Meinungen wählt und nicht irgendwelche Einzelmeinungen. Und das geht natürlich mit einem Persönlichkeitswahlrecht nicht, sondern er muss dann Menschen wählen, die eben hinter diesem Parteiprogramm, diesem gebündelten Programm stehen. Und das hat dann zur Folge, dass ich jetzt ein System brauche, in dem ich auch die 183 Abgeordneten zusammenbringe. Aber die 183 Abgeordneten sollen jetzt nicht immer die sein, die im Wahlkreis als erste gewählt worden sind, sondern die 183 Abgeordneten sollen im Hinblick auf die Nistenparteiprogramme differenziert werden, die angeboten worden sind. Also wenn die Partei und das Parteiprogramm 30 Prozent gewählt haben, die Partei A, dann sollen eben 30 Prozent der Abgeordneten dort ins Parlament einziehen. Und wenn 10 Prozent die Partei X gewählt haben, dann sollen 10 Prozent dort einziehen. Das geht mit dem Persönlichkeitsrecht, mit der Persönlichkeitswahl nicht. Das Persönlichkeitswahlrecht, zu dem wir auch Mehrheitswahlrecht sagen, bringt das nicht. Denn wie gesagt, der Abgeordnete, der gewählt ist, ist drinnen. Und alle anderen, die was anderes gewählt haben, fallen unter den Tisch. Also wenn ich meine, es kommt nicht auf die Person an, sondern es kommt auf das politische Programm an, das durch die Partei gebündelt wird, es kommt also auf die Partei an, dann wähle ich jetzt weniger die Person als hier das Programm und die politische Partei. Und ich brauche jetzt ein System, dass ich das Verhältnis der Stimmen, also Partei mit 30 Prozent, 30 Prozent der Abgeordneten von 10 Prozent, 10 Prozent der Abgeordneten, irgendwie hinüber bekomme, ohne die Wahlrechtsgrundsätze zu missachten. Und das ist die Verhältniswahl, die sagt also, ich will nach dem Verhältnis der politischen Parteien, der Stimmen, die auf die politischen Parteien entfallen, das Parlament besetzt haben. Und ich will kein Persönlichkeitswahlrecht, in dem nur die Person und sonst nichts gewählt wird. Das ist der Standpunkt unserer Verfassungsordnung. Nun gut, wenn ich das so will, muss ich mir überlegen, und wie bringe ich das jetzt arithmetisch hin, dass ich trotzdem Abgeordnete wähle. Und nicht einfach sage, ich wähle die Partei und die suche dann irgendwelche Leute aus. Also, sie müssen trotzdem Abgeordneten wählen. Wir haben eben ein entsprechendes Wahlrecht, ein unmittelbares Wahlrecht, wo sich die Abgeordneten oder die Kandidaten dafür persönlich zur Wahl stellen. Und das kann ich arithmetisch nur erreichen, indem ich eine Liste habe. Also es kandidieren nicht Einzelne, sondern es kandidieren Listen von Abgeordneten, 1 bis 14 oder 1 bis 12 oder 1 bis 6, verschiedene Namen auf eine Liste. Und jetzt wählen sie natürlich auch noch Abgeordnete, aber sie wählen die Liste. Das heißt, sie können immer noch die Abgeordneten wählen, aber sie müssen das ganze Paket nehmen, das vorliegt. Warum das ganze Paket? Denn wenn gewählt worden ist, dann wissen wir, wie viele Stimmen auf die einzelnen Listen entfallen sind. Und dann kann man sagen, die Liste A hat 30 Prozent der Stimmen, daher sind die ersten 8 gewählt. Und die Liste B hat 20 Prozent der Stimmen, daher sind die ersten 6 gewählt. Und die Liste C hat 10 Prozent der Stimmen, daher sind die ersten 3 gewählt. Also so kann ich sicherstellen, dass ein Verhältnis zwischen Stimmenzahl und Abgeordneten hergestellt ist. Aber wie gesagt, immer bezogen auf die Partei. Das heißt, die Verhältniswahl tritt mit Listen an den Wähler heran. Es gibt eine Personengruppe, die antritt, und sie können die Personengruppe wählen oder eben nicht. Sie können nicht sagen, der Dritte, den wähle ich jetzt aus dieser Gruppe, das geht nicht. Sie können nur die Liste wählen oder eine andere Liste oder nicht wählen. Mehr können sie dort nicht machen. Dadurch haben wir eben die Möglichkeit, dass wir so ein Verhältnissystem im Parlament haben. Für kleinere Listen ist das natürlich sehr überlebensfrage. Weil wenn eine Partei 10 Prozent der Stimmen hat, die würde wahrscheinlich in keinem Einerwahlkreis je über die 50 Prozent hinauskommen. Die wäre also ganz draußen. Also wenn man das akzeptiert, dass die Politik nicht an der Person hängt, sondern die Politik an den politischen Parteien hängt, dann ist dieses System logisch. Der Nachteil ist für die Wähler, dass sie heute niemanden auswählen können persönlich, sondern die Liste nehmen müssen. Und wie die Liste zusammenkommt, das ist natürlich intransparent, weil die Partei die Liste irgendwie zusammensetzt. Also meistens kleine Gruppen und Grüppchen, die das ausklüngeln, wer da auf die Liste draufkommt und wer nicht. Und natürlich ist jede Partei bestrebt, Menschen ins Parlament zu bringen, mit denen sie wenig Ärger hat. Weil die Partei will ja auch Politik machen und das braucht das Parlament. Und wenn das Parlament jetzt recht eigenständig ist und immer herummotzt, dann geht es mit der Politik nicht so gut. Und daher haben die Parteien die Tendenz, sozusagen sehr genau darauf zu schauen, wer ins Parlament einzieht. Und das sind in aller Regel nicht Menschen mit Ecken und Kanten, sondern das sind Menschen, die flexibel und anpassungsfähig sind und im Wesentlichen der Partei uneingeschränkt Folge leisten, ihren Vorstellungen und den Anordnungen des Parteichefs. Und daher haben wir ein etwas langweiliges Parlament. Es stimmen also immer die Fraktionen ab, ohne dass da irgendwelche Ausreißer gibt. Und naja, das ist eben der Preis für die Liste. Nun, damit es nicht ganz so blöd ausschaut, hat der Gesetzgeber Vorzugsstimmen eingeführt. Das heißt, wenn Sie eine Liste wählen, dann können Sie auf dieser Liste einen der Namen, eine sogenannte Vorzugsstimme geben. Aber das ist eine reine Augenauswischerei, denn die Regeln für diese Vorzugsstimme sind so abgefasst, dass es nur eine rechnerische Größe daraus wird, dass tatsächlich eine Umreihung erfolgt, würde so viele Stimmen für einen brauchen, die nach aller Wahrscheinlichkeit nicht zustande kommt. Und in der Geschichte unserer Wahlen gibt es ein, zwei Ausnahmen, wo das einmal der Fall war. Aber ansonsten geht die Liste so durch, wie sie die Partei eingereicht hat. Und das mit der Vorzugsstimme hat also keine wirkliche Bedeutung, wer ins Parlament einzieht, wer dann wirklich gewählt wird. Also das ist die Verhältniswahl, das ist die Listenwahl, ein ganz entscheidender Punkt. Lassen wir jetzt noch vielleicht ein paar Anmerkungen machen, weil immer darüber gesprochen wird, soll man nicht mehr direkte Demokratie wagen. Es gibt große Unzufriedenheit mit dem politischen System. Das hängt natürlich weitgehend auch darauf hinaus, dass es etwas degeneriert ist. Also die Parteien suchen sich eben nur farblose Kandidaten fürs Parlament aus. Sie schauen sehr genau drauf, dass da nicht Leute hineinkommen, mit denen es schwierig werden würde. Die Auswahl ist nicht transparent. Es gibt keine zwingende innerparteiliche Demokratie, dass es wenigstens durch eine parteiinterne Wahl eine Erstellung der Liste gäbe. Dann sind die politischen Parteien natürlich darauf ausgewählt zu werden. Die Idee der politischen Partei wäre aber, dass sie Meinungen in der Gesellschaft bündelt und diese Meinungen dann in einem gesellschaftlichen Dialog diskutiert und versucht, die Menschen davon zu überzeugen. Und wenn sie sie überzeugt hat, dann stellt sie sich der Wahl und hofft, dass die, die sie überzeugt hat, sie auch wählen. Das ist Verfassungsmärchen in der Praxis. Er braucht das nicht, denn die Parteien haben vielleicht ihre Überzeugungen, aber der gesellschaftliche Dialog mit den Menschen findet nicht statt, sondern jede Partei sagt, vielleicht unterschieden auf das eigene Programm, das ist schon wahr, aber dann sagt, was wollen denn die Wähler hören und dann sagen sie also das, was sie glauben, dass die Wähler hören sollen, wollen und erzählen ihnen irgendetwas und das kann dann auch vom eigenen Parteiprogramm ganz abweichen. Wichtig ist nur, dass die Parteien gewählt sind. Also sie sind sehr interessiert an der Macht, an der gewählt zu werden, aber vorher mit der Gesellschaft darüber ordentlich zu diskutieren, das ist praktisch völlig verstummt, das findet nicht statt. Also auch da gibt es ein Unbehaugen, weil dann sagt man, naja, die sind nicht glaubwürdig, also die erzählen uns irgendwas, weil sie glauben, dass wir das hören wollen und in Wahrheit denken sie ganz anders oder machen dann ganz anders, als sie uns vorher erzählt haben. Das Gejammere ist unbegründet, denn die Menschen könnten das durchschauen und sie könnten ja sagen, eigentlich bin ich der Dumme, wenn ich das glaube, was mir die alles erzählen. Und die große Hoffnung in einer Demokratiereform besteht, insbesondere darin, dass sich auch die Gesellschaft entwickelt, dass sich die Menschen entwickeln, dass sich der Bildungsstandard entwickelt, dass die Abhängigkeiten in der Gesellschaft geringer werden und dass die Menschen das sehr wohlwerden unterscheiden können ob das jetzt einigermaßen seriös gemeint ist von den politischen Parteien oder ob das nicht nur irgendwelche Pseudo-Politiken sind, die uns da angeboten werden, in der Hoffnung, dass sich möglichst wenig darüber aufregen und möglichst viel das auch wählen. Wenn die Wähler einmal diese kritische Phase erreicht haben, würde das auch sofort aufhören. Also es gibt Unzufriedenheit mit der Politik und daher wird immer unter dem Titel direkte Demokratie diskutiert, ob man nicht was verändern sollte. Dazu einige Anmerkungen. Punkt 1. Wir verstehen unter direkter Demokratie plebiszitäre Demokratie und das ist auf das Parlament bezogen. Das heißt, wenn ich eine direkte Demokratie will, dann sage ich, das Volk soll in einer Volksabstimmung auch ein Gesetz machen können, ohne Mitwirkung des Parlaments und sogar gegen den Willen des Parlaments. Damit fängt erst direkte Demokratie an. Wir sind weit davon entfernt nach unserer Verfassung. Wir haben zwar Volksbegehren und Volksbefragungen, auch Volksabstimmungen, aber die finden nur statt, insbesondere die Volksabstimmungen, finden nur statt, wenn das Parlament das will. Wenn das Parlament das nicht will, kann das Volk machen, was es will. Es kriegt keine Chance, eine verbindliche Meinung sagen zu dürfen. Und in der Geschichte der Republik hatten wir auch nur zwei Volksabstimmungen, weil das Parlament das so wollte, nicht gegen das Parlament. Das eine war das Kernkraftwerk Zwentendorf. Das Volk hat es ganz knapp abgelehnt. Und das zweite war der Beitritt zur EU. Das Volk hat mit zwei Drittelmehrheit den Beitritt bejaht. Aber sonst spielt sich mit den Volksbefragungen ein wenig ab. Aber sie können auch stattfinden. Aber direkte Demokratie heißt, dass das Volk ohne und gegen den Willen des Parlaments etwas entscheiden darf. Gut. Also direkte Demokratie bezieht sich aufs Parlament. Und dann gibt es manche, die sagen, die direkte Demokratie, das seien die Volksbegehren, die Volksbefragungen, die Volksabstimmungen. Das habe ich schon beantwortet. Das sollte man so nicht sehen. Denn solange nicht gegen den Willen des Parlaments etwas angeordnet wird, kann das keine direkte Demokratie sein. Volksbegehren, Volksbefragungen und Volksabstimmungen in unserem System sind eine gewisse Mitwirkung des Volkes am parlamentarischen Geschehen, aber nicht mehr. Jedenfalls keine direkte Demokratie. Dann wird unter direkter Demokratie weiter häufig die Frage diskutiert, ob nicht die Listenwahl durch eine Personenwahl abgelöst werden soll. Wir haben das gerade besprochen. Oder zumindest ein Mischsystem oder sonst etwas eingeführt werden soll, damit die Menschen mehr Einfluss auf die Person des gewählten Abgeordneten haben. Vielleicht auch ein echtes Vorzugsstimmensystem, das also wirklich realistisch auch irgendetwas bewegen kann auf der Liste. Und das wird dann auch manchmal mit direkter Demokratie bezeichnet. Sollte man auch nicht tun, denn direkte Demokratie ist plebiszitäre Demokratie. Hier geht es um die Auswahl der Abgeordneten und die kann also entweder erfolgen über eine Liste, dann habe ich ein Listenwahlrecht oder sie erfolgt durch ein Persönlichkeitswahlrecht. Also ich will eine Personenwahl, eine Persönlichkeitswahl und man sollte dazu nicht direkte Demokratie sagen. Unter direkter Demokratie wird auch manchmal gesehen, dass Staatsorgane außerhalb des Parlaments gewählt werden. So zum Beispiel Bürgermeister unmittelbar vom Volk. Und das wird dann auch häufiger als direkte Demokratie verkauft. Also da sollte es auch nicht, sondern da geht es um die Direktwahl von Staatsorganen außerhalb des Parlaments. Nicht mehr und nicht weniger. Der Begriff der direkten Demokratie ist der parlamentarischen Entscheidung vorbehalten. Gut, soweit zur Frage des Parlaments einschließlich der politischen Parteien. Bei den politischen Parteien könnte man vielleicht noch anführen, dass es auch eine sogenannte Wahlpartei gibt. Das heißt, wenn sich eine Liste zusammenfinden, also fünf Personen, die sagen, wir kandidieren gemeinsam als Liste, dann ist das eine sogenannte Wahlpartei. Die sind nur beisammen auf dieser Liste haben sonst rechtlich keinerlei Verbindung. Das kommt manchmal vor bei Listen, bei Gemeinderatswahlen, also auf ganz unterer Ebene, bei Landtags- oder Nationalratswahlen auf Bundesebene haben wir dieses Phänomen. Da kandidieren eben nur echte politische Parteien und der Unterschied zur Wahlpartei ist, die Wahlpartei ist nur eine zusammengewürfte Liste von Personen für diese einzige Wahl. Sie stellen sich gemeinsam der Wahl, während die politische Partei eine Organisation ist, die völlig unabhängig von Wahlen zunächst besteht. Sie will politische Meinungen bündeln und ihre politische Meinung dann umsetzen. Und dadurch bewirbt sie sich um Mandate, um die Macht im Staat, um mit Hilfe der Staatsgewalt, politisch legitimiert, dann die eigenen Ideen umsetzen zu können. Und das sollte natürlich auch sein, ist aber unbelichtet, unterbelichtet, dass eben die politische Partei versucht, in einem gesellschaftlichen Dialog Menschen von ihrer Meinung zu überzeugen. Setzt voraus, dass sie sich trauen, die Meinung herzuzeigen. Setzt auch voraus, dass sie eine Meinung haben. Denn wenn ich nur mehr nach dem Willen der Wähler forsche, dann verschwindet die Meinung in der Partei völlig. Und das wird irgendein so ein Beliebigkeitsbrei, was ja auch häufig als Kritik an unserem politischen System gesagt wird. Also wir haben die politischen Parteien, das sind juristische Personen, die sind auf Dauer gegründet und stehen mit den Wahlen zunächst gar nicht im Zusammenhang. Natürlich, wenn dann Wahlen sind, dann kann diese politische Partei dort auch antreten und eine Liste einreichen. Dann stellen sich die politischen Parteien zur Wahl. Aber es könnten auch bloße Wahllisten, Wahlparteien dort auftreten. Die Gründung einer politischen Partei ist einfach. Man muss eine Satzung beim Bundesministerium des Inneren, Bundesminister für Inneres hinterlegen. Der traut sich dann einen in eine Liste und damit ist die Partei existent. Eine Personenmehrheit ist nicht erforderlich. Sie können also eine Satzung einschicken und der Parteichef und ihr einziges Mitglied und ihr einziger Fan sein. Sehr tolerant ist hier das Parteienrecht und daher gibt es auch etwa 800 politische Parteien, die dort eingetragen sind. Das ist ganz Kuriose. Darunter vielleicht versuchen Sie einmal auf der Homepage des Innenministeriums da einen Zugang zu finden zu dieser Liste. Also es gibt viele, weil es so leicht zu gründen ist, aber natürlich Bedeutung haben nur einige wenige politischen Parteien. Eine politische Partei darf nicht verboten werden. Also wir kennen nicht etwa eine Kompetenz des Verfassungsgerichtshofs, wonach er politische Parteien verbieten kann. Das gibt es bei uns nicht. Die einzige Möglichkeit, die bleibt, weil der Verfassungsgesetzgeber eben alles kann, ist durch Bundesverfassungsgesetz eine politische Partei zu verbieten. Und eine politische Partei ist tatsächlich verboten, nämlich die NSDAP, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, also diese Nazi-Partei, die ist im Verbotsgesetz 1947 auf Verfassungsebene verboten. Nicht nur die Partei als solche, sondern auch politische Umtriebe mit diesem Parteiprogramm, also im weitesten Sinn erfasst das Verbotsgesetz alle diese politischen Phänomene. Weitere politische Parteien sind nicht verboten. Das Verbotsgesetz ist eben aufgrund unserer Historie, aufgrund unserer Geschichte und Erfahrungen mit dem Dritten Reich hier eine historische Besonderheit. Ein letztes, Österreich ist eine parlamentarische Demokratie und wie Artikel 1 sagt eine demokratische Republik und daher wollen wir ganz kurz überlegen, was Republik denn heißen könnte. Nun, Republik sagt zunächst aus, dass der Staat keine Monarchie ist. Das ist auch historisch logisch, denn wie das BVG geschaffen worden ist oder die Republik Österreich Deutsch Österreich 1918 entstanden ist, dann hat es die Monarchie gerade ausgelöst und hat sich Republik genannt. Also Republik ist also das Gegenteil von Monarchie, das Wort Aussagen und das Wort sagt aus, es ist eine res publica, es ist eine Sache der Öffentlichkeit, es ist eine Sache der Allgemeinheit, das heißt jemand, der sagt, ich bin von Gott eingesetzt und daher herrsche ist, das ist keine Republik, eine Republik muss irgendeine Staatsspitze haben, die verantwortlich ist, irgendwo auch abgesetzt werden können, dann kann man von einer Republik sprechen. Republik ist nicht zwingend Demokratie, denn Verantwortlichkeiten können auch irgendwelche Systemen drin sein, ohne dass das Volk wirklich die Souveränität hätte. Denken Sie an China, also China ist ein Staat, der durch ein Einparteien System regiert und beherrscht wird, also das ist beileibe keine Republik, Entschuldigung, keine Demokratie, aber China ist eine Republik, weil es eben doch irgendwelche Einparteien System zwar, aber doch irgendwelche Verantwortlichkeiten gibt und weil China eben kein absoluter Herrscher vorhanden ist, der niemanden Rechenschaft schuldig wäre. Also Republik und Demokratie passt gut zusammen, ist auch so in Österreich, aber staatstheoretisch müsste es nicht sein, es gibt auch Republiken, die keine Demokratie sind. Soweit also das Fach Demokratie aus den Forderungen des Konstitutionalismus. Wir haben uns jetzt angeschaut, wie denn das jetzt im Einzelnen mit der Demokratie in Österreich aufgrund des Bundesverfassungsgesetzes und anderer Verfassungsgesetze bestellt ist. Vielen Dank fürs Zuhören und im nächsten Kapitel werden wir dann ein anderes Fach öffnen, da geht es dann um den Gewaltenteiligen Rechtsstaat. Auf Wiedersehen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Arbeitsgemeinschaft Öffentliches Recht 1. Wir befassen uns heute mit dem vierten Kapitel, mit dem Parlament und mit der Republik. Bei mir ist wieder Herr Professor Binder, den ich begrüßen darf. Zunächst ein paar Fragen zur parlamentarischen Demokratie und zur egalitären Demokratie. Erstens, Demokratie bedeutet Volksherrschaft, das Volk hat die Volkssouveränität, das Volk bestimmt die Ausübung der Staatsgewalt. Das ist so richtig. Zweitens, es gibt verschiedene Demokratiemodelle, wie das Volk die Herrschaft in einem demokratischen Staat ausübt. Die plebiszitäre Demokratie und die parlamentarische Demokratie. Das sind also richtigerweise diese beiden Varianten einer Demokratie. Drittens, statt parlamentarische Demokratie sagen wir auch repräsentative Demokratie oder direkte Demokratie. Wir haben also hier eine Reihe von Begriffen und da müssen sie aufpassen und vorsichtig sein. Wir kennen nämlich zu allen diesen beiden grundsätzlichen Demokratie Begriffen auch jeweils zwei andere Begriffe dazu und die also bitte nicht vermischen. Wenn wir also von parlamentarischer Demokratie sprechen, dann meinen wir die repräsentative Demokratie oder die indirekte Demokratie, nicht die direkte Demokratie. Direkte Demokratie wäre die plebiszitäre Demokratie. Daher hier ein Fehler drinnen. Viertens in der parlamentarischen Demokratie schließt die Verfassung das Volk von den Sachentscheidungen aus. Das Volk wählt in regelmäßigen Abständen Vertreter in einem Parlament, die dann als Volksvertreter die Sachentscheidungen für das Volk treffen. Das stimmt so. Wir haben ja im dritten Kapitel auch schon einmal einen Blick geworfen in den Artikel 1 BVG, wo es heißt, das Recht geht vom Volk aus. Tatsächlich ist es aber so, dass nicht wirklich das Volk ins Parlament fährt und dort Gesetze macht, sondern das machen Vertreter, die Volksvertreter eben. Das Volk darf wählen, wählen sich seine Abgeordneten, seine Volksvertreter und die machen dann für das Volk eben die Sachentscheidungen im Staat. Das ist parlamentarische Demokratie. Österreich ist dann eben auch eine egalitäre Demokratie. Egalitäre Demokratie bedeutet, dass das demokratische Prinzip der Verfassung das wichtigste ist, alle anderen Rechtsnormen des Staates im Vergleich dazu egal sind. Ja, also das können Sie sich leicht vorstellen, daher kommt dieser Begriff der egalitären Demokratie nicht, dass andere Rechtsnormen egal wären. Egalitäre Demokratie bedeutet eben, dass allen das gleiche politische Gewicht zukommt und hier keine Vorrechte, nach welchen Kriterien auch immer, Platz greifen. Österreich ist eine plebiszitäre Demokratie, weil die Bundesverfassung die Möglichkeit von Volksabstimmungen vorsieht. Die Bundesverfassung sieht jetzt tatsächlich die Möglichkeit von Volksabstimmungen vor. Eine plebiszitäre, also eine direkte Demokratie wird Österreich dennoch nicht. Wir sind eine parlamentarische Demokratie, haben wir vorher schon erörtert. Wir schicken die Volksvertreter ins Parlament, die machen dort die Sachentscheidungen im Staat, nicht das Volk selbst und daran ändert auch die Tatsache nichts, dass es Volksabstimmungen gibt, weil Volksabstimmungen kann auch nicht das Volk von sich aus initiieren und das Volk kann nicht gegen hier das Parlament, gegen die Volksvertreter hier irgendwelche Volksentscheidungen durchsetzen. Daher wird zwar gerne gesagt, die Volksabstimmung ist also ein direkt demokratisches Element, aber trotzdem werden wir zu keiner plebiszitären Demokratie, weil eben noch einmal die Sachentscheidung bleibt beim Parlament, beim Volksvertreter. In der Volksabstimmung nach BVG kann das Volk nur entscheiden, ob ein Gesetzesbeschluss in Kraft gesetzt werden soll oder nicht, das ist alles. Die Bundesverfassung kennt neben Volksabstimmungen, von denen war es schon die Rede, das wissen wir schon, dass die wirklich gibt, kennt auch Volksbegehren und Volksbefragungen, das stimmt auch und auch für die Volksbefragung und das Volksbegehren gilt das vorhin zu sechstens Gesagte, auch dadurch wird also Österreich nicht zu einer plebiszitären, zu einer direkten Demokratie. Achtens, die Teilnahme an den Wahlen zum Parlament ist ein Grundrecht, das stimmt, von Grundrechten werden Sie noch ganz viel hören. Grundrecht heißt erstens, es ist ein subjektives Recht, also etwas, das ich auf dem Rechtsweg durchsetzen kann, und heißt zweitens, es steht in der Verfassung. Da werden wir dann bei anderen Fragen auch noch einmal nachschauen, wo denn das stehen könnte. Es steht also im BVG. Neuntens, es gibt ein aktives und ein passives Wahlrecht. Passives Wahlrecht ist das Recht, in einem demokratischen Staat durch Stimmabgabe in einer Wahl teilzunehmen. Aktives Wahlrecht ist das Recht, bei einer Wahl zu kandidieren und gewählt zu werden. Das klingt zwar alles ganz plausibel, allerdings ist es deswegen falsch, weil es genau umgekehrt ist. Also aktives Wahlrecht ist das Recht, bei einer Wahl hinzugehen, seine Stimme abzugeben, an der Wahl teilzunehmen und das passive Wahlrecht ist das Recht, sich auch einer Wahl zu stellen, sich also wählen zu lassen, gewählt zu werden, als Kandidat anzutreten. Das ist passives Wahlrecht. Dann zu den Wahlrechts Grundsätzen der österreichischen Bundesverfassung. Zehntens, in der parlamentarischen Demokratie ist das Parlament die Volksvertretung. Es besteht aus Abgeordneten, die das Volk nach bestimmten Wahlrechts Grundsätzen wählt. Das haben wir schon gehört, wir sind eine parlamentarische Demokratie, nicht das Volk selbst macht das Recht, sondern es wählt sich seine Vertreter und die treffen dann die Sachentscheidungen im Staat. Und diese Wahl der Volksvertreter, der Abgeordneten, die erfolgt eben nach bestimmten Grundsätzen und die nennen wir Wahlrechtsgrundsätze. Elftens, das BVG schreibt unter anderem die Wahlrechtsgrundsätze für die Wahl der Parlamente fest. Wahlrechtsgrundsätze sind das allgemeine Wahlrecht, das gleiche Wahlrecht, das unmittelbare Wahlrecht, das geheime Wahlrecht, das persönliche Wahlrecht, das freie Wahlrecht und die Verhältniswahl. Wir haben also eine Auflistung der Wahlrechtsgrundsätze der Bundesverfassung und wir sollten also jetzt herausfinden, ob das tatsächlich alles Wahlrechtsgrundsätze des BVG sind und das stimmt und das müssen Sie jetzt auch nicht unbedingt auswendig wissen, sondern wir können nachschauen. Wir schauen also etwa in den Artikel 26 BVG und Sie werden sehen, dort stehen alle diese Wahlrechtsgrundsätze tatsächlich drinnen. Die Teilnahme an den Wahlen zu den Parlamenten ist ein politisches Grundrecht. Das stimmt auch, das Grundrecht, das haben wir schon gehört, wir können es auf dem Rechtsweg durchsetzen und es ist eben ein politisches Grundrecht in dem Sinn, dass ich teilhaben kann an der staatlichen Willensbildung, also in der Verfassung verankert und subjektives Recht durchsetzbar auf dem Rechtsweg. Jetzt noch einige Fragen um diese, Sie haben ja gesehen, es ist eine ganze Reihe von Wahlrechtsgrundsätzen, die wir im Artikel 26 unter anderem im Artikel 26 BVG finden, um also ein bisschen herauszufinden, was bedeuten alle diese Wahlrechtsgrundsätze 13. eben zum allgemeinen Wahlrecht, bedeutet, dass jeder Staatsbürger, eventuell Unionsbürger, ohne Unterschied des Geschlechts, der Religion, der Klasse, der Steuerleistung an einer Wahl teilnehmen darf. Ja, das ist richtig. Das ist allgemeines Wahlrecht. 14. Im Sinn des allgemeinen Wahlrechts erreichen alle österreichischen Staatsbürger, die spätestens am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, das aktive und das passive Wahlrecht zum Nationalrat. Dann schauen wir doch mal nach, wo das Wahlrecht zum Nationalrat tatsächlich verankert ist in der Bundesverfassung. Ich habe es vorhin schon erwähnt, das ist der Artikel 26 und im Artikel 26 heißt es, der Nationalrat wird vom Bundesvolk auf Grund und dann finden Sie diese schöne Aufzählung der Wahlrechts Grundsätze. Die aller Staatsbürger, ja, nach diesen Grundsätzen, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, also aktiv wahlberechtigt ist man mit dem vollendeten 16. Lebensjahr nach Artikel 26 Absatz 1 BVG, wenn es um die Wahl des Nationalrats geht. Das 18. Lebensjahr, von dem hier die Rede ist, spielt aber auch eine Rolle und zwar finden wir das 18. Lebensjahr im Absatz 4 des Artikel 26 BVG und dort geht es allerdings um die Wählbarkeit, also dort geht es um das passive Wahlrecht. Das heißt kandidieren können Sie zum Nationalrat erst mit dem 18. Lebensjahr, das heißt wenn Sie ein Abgeordneter werden wollen, dann müssen Sie das 18. Lebensjahr vollendet haben. Um wählen zu können, um Ihre Stimme abgeben zu dürfen, bei der Wahl zum Nationalrat reicht es, wenn Sie das 16. Lebensjahr vollendet haben und eben österreichischer Staatsbürger sind. Also falsch, weil hier das 18. Lebensjahr nicht gleichermaßen für das aktive und passive Wahlrecht gilt, sondern nur für das passive. 15. Gleiches Wahlrecht bedeutet, dass jeder Staatsbürger etwa bei der Wahl zum Nationalrat eine Stimme abgeben darf. Niemand darf ausgeschlossen werden, dass das falsch ist, das ist uns schon klar, aufgrund der Antwort zu 13. Das, was hier steht, meint das allgemeine Wahlrecht. Keiner darf ausgeschlossen werden, jeder darf seine Stimme abgeben, das ist allgemeines Wahlrecht, aber nicht gleiches Wahlrecht. 16. Das gleiche Wahlrecht ist Ausdruck der plebiszitären Demokratie. Dass das falsch ist, haben wir auch schon gehört. Gerade parlamentarische Demokratie braucht das Parlament, braucht also die Wahl der Parlamentarier, der Abgeordneten. Das hat also mit dem gleichen Wahlrecht und plebiszitären Demokratie nichts zu tun. 17. Geheimes Wahlrecht, ein weiterer Wahlrechtsgrundsatz. Das bedeutet, dass jeder Wähler seine Stimme so abgeben darf und muss, dass sie für die Wahlbehörde und für die Öffentlichkeit nicht erkennbar ist. Das ist richtig. Das ist also die Idee des geheimen Wahlrechts, dass man hier wirklich auch frei sein soll in seiner Wahlentscheidung, dass weder die Öffentlichkeit noch die Wahlbehörde, die ja im Wahllokal anwesend ist, hier erkennen kann, zuschauen kann, wie sie stimmen, wo sie ihr Kreuzchen bei der Wahl machen. Das geheime Wahlrecht richtet sich historisch gegen die Zensuswahl. Das ist auch falsch, weil das hat mit dem geheimen Wahlrecht nichts zu tun. Noch einmal haben wir bei 17. gesehen, geheimes Wahlrecht, da geht es wirklich nur um die Frage, das soll eben geheim bleiben, und zwar geheim sowohl für die Öffentlichkeit als auch für die Wahlbehörde, die Wahlkommission, die dort sitzt. Mit der Zensuswahl hat das nichts zu tun. Da geht es um einen anderen Wahlrechts Grundsatz der Bundesverfassung. 19. Noch ein anderer Grundsatz, das unmittelbare Wahlrecht, das verlangt, heißt es hier, die physische Präsenz des Wählers vor der Wahlbehörde und schließt die Ausübung des Wahlrechts durch einen Stellvertreter aus. Das ist falsch, das ist aber ein relativ beliebter Fehler, den Studierende machen, weil man immer meint, ja, unmittelbar, da muss ich wirklich unmittelbar dort sein, das ist aber ein Missverständnis, das was hier steht, das meint in Wahrheit das persönliche Wahlrecht, das heißt, ich muss persönlich da sein, ich muss präsent sein vor der Wahlbehörde, im Wahllokal grundsätzlich, das ist persönliches Wahlrecht, nicht unmittelbares Wahlrecht. Beim unmittelbaren Wahlrecht geht es darum, dass wir unmittelbar die Abgeordneten wählen und nicht irgendwelche Zwischen Personen vorgestaltet sind, wie wir es etwa aus dem US-amerikanischen System kennen, dass man zunächst Wahlmänner oder ähnliches wählt und die dann erst die Endentscheidung treffen, also wir wählen unmittelbar die Abgeordneten. Kurz zum persönlichen Wahlrecht, 20. Bedeutet, dass die Kandidaten eine Wahl unter ihrem eigenen Namen und nicht anonym für ihre Partei kandidieren müssen? Dass das nicht stimmt, haben wir jetzt auch bei der vorangegangenen Frage schon gesehen, weil es hier eben, weil persönliches Wahlrecht bedeutet, das was im 19. steht, nämlich ich muss präsent sein, selber persönlich vor der Wahlbehörde im Wahllokal und nicht das, was hier steht. Das hat mit persönlichem Wahlrecht nichts zu tun. Freies Wahlrecht bedeutet, dass der Staat keinen Zwang oder Druck auf die Wähler bei der Stimmabgabe ausüben darf. Das bedeutet auch, dass die Wahlparteien sich unbehindert zur Wahl stellen und insbesondere entsprechende Wahlwerbung betreiben dürfen. Das ist jetzt richtig, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, weil es eben jetzt nicht nur für den einzelnen Wähler große Bedeutung hat, sondern auch für die Wahlwerbung, garantiert eben auch den Wahlparteien, dass sie auch entsprechende Wahlwerbung betreiben betreiben Briefwahl ist jetzt eine Stimmabgabe außerhalb eines Wahllokals, nicht vor einer Wahlbehörde, bei der der ausgefüllte Stimmzettel der Wahlbehörde postalisch übermittelt wird. Vielleicht haben Sie das ja schon mal probiert bei einer Wahl. Dann sehen Sie, dass das so geht und dass das möglich ist. Sie können ja ein bisschen zweifeln und sagen jetzt nach diesen Wahlrechtsgrundsätzen, die ich gehört habe. Ich muss persönlich vor der Wahlbehörde sein, anwesend, ja physisch präsent. Warum geht dann das mit der Briefwahl? Wieso kann das zulässig sein? Auch da finden wir die Antwort im BVG, auch im Artikel 26, wenn es um die Frage der Wahl der Abgeordneten zum Nationalrat geht, zumindest im 26 und dort heißt es im Absatz 6 Wahlberechtigte, voraussichtlich am Wahltag verhindert sein werden, ihre Stimme vor der Wahlbehörde abzugeben, etwa wegen Ortsabwesenheit aus gesundheitlichen Gründen oder wegen Aufenthalts im Ausland, können ihr Wahlrecht auf Antrag unter Angabe des Grundes durch Briefwahl abgeben. Ja, das heißt, wenn der Wähler am Wahltag selbst vereinfacht gesagt verhindert ist, weil er eben nicht vor Ort ist, im Ausland oder sonst wie oder krank und dann kann er eben nach der Verfassung seine Stimme auch durch dieses besondere Prozedere abgeben, durch diese Briefwahl, bekommt er seine Wahlkarte und füllt dann zu Hause oder sonst wo seine Wahlkarte ausgibt, also da seine Stimme ab oder aus dem Ausland gibt die dann zur Post und die gelangt auf diese Art und Weise zur Wahlbehörde. Zulässig ist das jetzt trotz des geheimen Wahlrechts und trotz des persönlichen Wahlrechts, die ja verlangen, es muss eben geheim sein, keiner darf das sehen und präsent vor der Wahlbehörde deswegen, weil die Briefwahl, wie wir gesehen haben, im Artikel 26 verankert ist, also in der Verfassung. Briefwahl steht also im selben Rang, Sie wissen ja schon, es gibt zweirangige Gesetze, steht im selben Rang wie die anderen Wahlrechts Grundsätze, wie also die Grundsätze des geheimen Wahlrechts, wie der Grundsatz des persönlichen Wahlrechts und daher ist das keine Verfassungswidrigkeit, kann nicht verfassungswidrig sein, weil es selbst in der Verfassung, in der Bundesverfassung, im BVG, eben im 26 Absatz 6 drinnen steht. 23. Im Verhältnis Wahlrecht steht nicht die Persönlichkeit der einzelnen Kandidaten, sondern die Parteizugehörigkeit der Kandidaten im Vordergrund. Das ist korrekt. 24. Wir bezeichnen die Verhältniswahl auch als Persönlichkeitswahlrecht, weil die einzelnen Abgeordneten gewählt werden. Wir bezeichnen die Verhältniswahl auch als Mehrheitswahlrecht, weil die Mehrheit bei der Wahl über die Zusammensetzung des Parlaments entscheidet. Das ist natürlich offensichtlich, dass das falsch ist. Verhältniswahl heißt zunächst einmal nichts anderes als das Verhältnis der abgegebenen Stimmen, also der für eine bestimmte Wahlwerbende Gruppierung für eine bestimmte Wahlpartei, Wahlwerbende Partei abgegebenen Stimmen sich im Verhältnis dann auch niederschlagen sollen im Parlament. Das heißt, das Verhältnis zwischen erreichten Stimmen und Sitzen im Parlament, das soll in einem entsprechenden Verhältnis sein. Dann müssen wir unterscheiden, die beiden Wahlsysteme Verhältniswahl und Mehrheitswahl, das ist also was grundsätzlich Unterschiedliches. Bei der Mehrheitswahl reicht also in einem Wahlkreis jeweils der, der die meisten Stimmen erreicht, bekommt das eine zu vergebende Mandat, diesen einen zu vergebenden Sitz. Das bedeutet aber, alle anderen, die vielleicht auch sehr viele Stimmen erreicht haben, gehen vollständig leer aus. Das ist etwas ganz anderes, als wir das von der Verhältniswahl kennen, wo eben auch kleine Parteien dann letztlich im Parlament vertreten sind, mit Ausnahme von ganz ganz kleinen, die aufgrund besonderer Regelungen draußen bleiben, Regelungen wie die 4% Klausel oder das Grundmandat. Aber grundsätzlich entspricht das Verhältnis der abgegebenen Stimmen den Verhältniswahl. Gut, und wenn Sie in 26 schauen, für den Nationalrat, dann ist dort eben das Verhältniswahlrecht auch ausdrücklich unter den Grundsätzen für die Wahl des Nationalrats verankert. Nicht nur für die Wahl des Nationalrats, Sie finden es auch für die Wahl der Landtage, Sie finden es auch für die Wahl zum Europäischen Parlament, Sie finden es auch bei der Wahl des Gemeinderats. Überall haben wir also Verhältniswahl Prinzip und kein Mehrheitswahlrecht. 25. Dass die Kandidaten für die Parlamente nicht allein unter ihrem Namen, sondern auf Listen kandidieren, ist Folge des Verhältniswahlrechts. Das stimmt, da sind wir also wieder bei unserem Phänomen des Verhältniswahlrechts. Und das haben Sie sicher auch schon gesehen, wenn Sie also hier Ihre Stimme abgeben, sei es jetzt für den Nationalrat, für den Landtag, für den Gemeinderat, für das Europäische Parlament, dann wählen Sie dort also nicht einzelne Personen, sondern eben eine Liste. Da stehen zwar die Namen drauf, das heißt, Sie wissen schon, welche Namen hinter dieser Liste stehen, auf dieser Liste stehen, aber Sie wählen keine einzelnen Personen, sondern eben die Liste insgesamt. Wenn Ihnen da einzelne Personen drauf nicht gefallen, dann müssen Sie sich entscheiden, ob Sie diese Personen so schrecklich finden, dass Sie dann die ganze Liste nicht mehr wählen können und sich für eine andere entscheiden oder sonst müssen Sie diese Menschen drauf auf der Liste einfach schlucken und das ignorieren. Also die ganze Liste Ja oder Nein mit allen Namen, die hier auch drauf stehen, sozusagen als Paket. Sie können nur insofern ein bisschen was an dieser Reihenfolge diese kandidierenden Personen auf einer Liste stehen ja an einer bestimmten Reihenfolge Sie können ein bisschen was daran verändern indem Sie Vorzugsstimmen vergeben Kandidaten die besonders viele Vorzugsstimmen haben werden also hier dann in der Reihenfolge ein bisschen anders bewertet und das ist aber der ganze Einfluss den sie darauf haben. 26. Das BVG ordnet die Geltung des Verhältnis Wahlrechts für die Wahlen zum Europäischen Parlament in Artikel 23 A BVG zum Nationalrat eben 26 zu den Landtagen Artikel 95 zu den Gemeinderäten 117 und für die Wahl des Bundespräsidenten an. Da können Sie jetzt überlegen wie Sie da zur Lösung kommen für dass es falsch ist. Entweder Sie schauen nach wo die Wahl des Bundespräsidenten geregelt ist im Artikel 60 dort werden Sie die Verhältnis Wahl nicht finden oder Sie denken einfach logisch wie das gehen könnte das funktioniert eben bei Bundespräsidenten nicht man kann ja nicht verhältnismäßig die Stimmen zuordnen wenn nur eine Person zu wählen ist das geht rein logisch nicht. Dann noch mal zum aktiven passiven Wahlrecht dass es so eins gibt das wissen wir schon das aktive Wahlrecht ist das Recht zu wählen bei einer Wahl seine Stimme abzugeben das haben wir auch schon gehört das ist richtig das verfassungsgesetzlich gewährleistete aktive Wahlrecht zum Nationalrat ist in Artikel 26 Absatz 1 und Absatz 5 BVG verankert Artikel 26 Absatz 1 BVG haben wir uns schon angeschaut dort ist also hier steht jetzt Absatz 5 noch dabei was finden im Absatz 5 ist noch die Rede von sogenannten Wahlausschlussgründen das heißt ausnahmsweise wegen bestimmter Verurteilungen kann man vom Wahlrecht auch ausgeschlossen sein sodass hier auch im Absatz 5 zu berücksichtigen ist wenn man sich das aktive Wahlrecht ganz genau ansieht 28 der Wähler wählt bei den Wahlen zum Nationalrat eine Liste auf der mehrere Personen kandidieren einer auf der Liste aufscheinenden Person kann zudem eine Vorzugsstimme geben diese Vorzugsstimme wirkt sich allerdings bei der Verteilung der Mandate auf die Kandidaten der Liste nicht aus das habe ich auch vorhin schon kurz erwähnt das Gegenteil ist der Fall wir können also bei der Wahl zum Nationalrat konkret drei Vorzugsstimmen vergeben also wenn der Wähler das möchte wenn nicht dann nicht kann auch nur eine vergeben oder nur zwei das Maximum sind eben drei Vorzugsstimmen und diese Vorzugsstimmen die eben der einzelne Kandidat auf den Listen sammelt die wirken sich dann aus auf die Reihenfolge das heißt auch dann auf die konkrete Verteilung der Mandate also auf die Verteilung der Sitze im Parlament Ja dass da keine Missverständnisse entstehen die Vorzugsstimme wirkt sich aus wenn der Kandidat entsprechend viele Vorzugsstimmen hat allerdings hat das Gesetz das arithmetisch so gestaltet dass es praktisch nie vorkommt dass irgendjemand durch entsprechende Vorzugsstimmen aus in seiner Liste vorgereiht werden könnte das findet praktisch nicht statt die gesetzlichen Hürden sind viel zu hoch und der Grund dafür ist dass die politischen Parteien eben gar keine Freude haben wenn der Wähler jetzt hergeht und ihre schönen Listen durcheinander bringt So dann sind wir mit unseren Wahlrechts Grundsätze am Ende Sie haben aber gesehen Sie sollten sich schon wirklich überlegen was der einzelne Wahlrechts Grundsatz bedeutet weil der eine oder andere ist ganz leicht zu verwechseln mit dem anderen also schauen was steckt da wirklich dahinter was will der ausdrücken was enthält der im Detail dann jetzt zu den politischen Parteien 29 für die demokratische Willensbildung des Staates sind politische Parteien wichtig dass es politische Parteien in Österreich gibt folgt aus Artikel 1 BVG an anderen Stellen in den Verfassungsgesetzen sind die politischen Parteien nicht erwähnt wenn wir in Artikel 1 BVG noch einmal schauen da sehen wir Österreich ist eine demokratische Republik ihr Recht geht vom Volk aus da ist zunächst einmal von den politischen Parteien nicht ausdrücklich die Rede und dann heißt jetzt hier im zweiten Satz bei 29 in den Verfassungsgesetzen sind die politischen Parteien nicht erwähnt und das ist eindeutig falsch wenn sie also ihre Gesetzestexte durchforsten ob hier etwas von politischen Parteien steht dann werden sie im 17. Gesetz ihres Gesetzestextes ihres Gesetzestextes das Parteien Gesetz finden aus dem Jahr 2012 und das widmet sich also intensiv der politischen Partei 30. unter einer politischen Partei versteht man eine Gruppe von Personen die auf einer gemeinsamen Liste unter einer bestimmten Bezeichnung bei einer Wahl kandidiert die politische Partei besteht nicht auf Dauer sondern nur für diesen einen Zweck das was hier steht klingt alles sehr richtig und stimmig von dem war auch vorhin die Rede bei einer Wahl kandidiert eine Liste und die kandidiert eben für diese Wahl ist aber trotzdem falsch falsch ist es deswegen weil alles was hier steht und stimmig ist nicht die politische Partei meint sondern die wahlwerbende Partei von der ja vorhin auch die Rede war also eine Wahlpartei eine wahlwerbende Partei ist das alles was hier steht die kandidiert bei einer Wahl und die bildet sich eben nur für diesen Zweck der Wahl unter einer Wahlpartei heißt es dann unter 31 versteht man eine auf Dauer angelegte organisierte Verbindung von Menschen die durch gemeinsame Tätigkeit auf eine umfassende Beeinflussung der staatlichen Willensbildung abzielt auch auch hier gilt das zum 30 zu 30 Frage gesagt auch das klingt alles ganz richtig stimmig aber auch hier ist der falsche Begriff davor das heißt das was hier die Aussage die sie hier finden die trifft jetzt die politische Partei das ist also alles was hier steht trifft auf die politische Partei zu nicht auf die Wahl Partei das heißt man müsste unter 30 und 31 die beiden Begriffe die in Anführungszeichen stehen die politische Partei und die Wahlpartei austauschen dann wären diese beiden Fragen richtig 32 eine politische Partei bekommt keine Gelder aus öffentlichen aus staatlichen Mitteln das ist falsch dass das so ist sehen Sie auch wenn Sie ins Parteiengesetz 2012 schauen also wieder in ihr 17 abgedruckten Gesetz hier gibt es eine eigene Bestimmung § 3 die sich der Parteienförderung widmet 33 zu den Parlamentswahlen treten die politischen Parteien an die politische Partei ist im Parteiengesetz 2012 geregelt das Parteiengesetz 2012 bezeichnet die politische Partei auch als Wahlpartei oder eben Wahlwerbende Partei Richtig ist dass zu den Parlamentswahlen in aller Regel die politischen Parteien antreten treten dort aber eben als Wahlparteien auf die politische Partei ist auch im Parteiengesetz geregelt haben wir schon gesagt aber das Parteiengesetz bezeichnet die politische Partei nicht als Wahlpartei ganz im Gegenteil das Parteiengesetz selbst enthält wenn sie sich den Paragraf 2 anschauen sogar für beide Phänomene eine Definition also unterscheidet ausdrücklich in der Ziffer 1 zwischen der politischen Partei und in Ziffer 2 des Paragraf 2 dort sagt das Parteiengesetz was eine Wahlwerbende was eine Wahlpartei ist also nicht gleichsetzen die beiden Begriffe auch wenn es hier in den Medien insbesondere ganz gern verschwimmen eben auch deswegen weil bei den Wahlen regelmäßig die politischen Parteien auch als Wahlwerbende Parteien auftreten sodass man dann diesen Unterschied nicht mehr wirklich erkennen kann auseinanderhalten müssen wir es eben dennoch weil eben wie wir gesehen haben an diesen Definitionen vorhin oder sie auch noch einmal nachlesen können im Parteien Gesetz in Paragraf 2 das eine auch auf Dauer eingerichtet ist eine Rechtsperson ist die politische Partei die Wahlwerbende Partei hingegen nicht 34 Der Verfassungsgerichtshof kann eine politische Partei deren politische Ziele mit der Verfassung nicht übereinstimmen auf Antrag des Parlaments verbieten Die Bundesverfassung selbst verbietet im Verbotsgesetz politische Parteien mit dem Ziel der NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Das ist falsch Das Parteiengesetz oder sonst eine Bestimmung der Verfassung kennt also kein Verbotsverfahren also kein Prozedere in dem eine politische Partei die hier nationalsozialistisches Gedankengut verbieten würde verbieten könnte Der Bundesverfassungsgesetzgeber selbst kann das und das finden wir ja auch im Verbotsgesetz 1947 in dem eben gesagt wird dass derartige Parteien verboten sind aber es ist also kein Verfahren in dem hier der Verfassungsgerichtshof oder sonst wer eine solche politische Partei verbieten oder aufheben könnte das kennt also die österreichische Rechtsordnung nicht Dann weg von der Demokratie und den politischen Parteien noch ein paar kurze Fragen zur Republik 35 Die Staatsform beurteilt einen Staat nach der Frage wer nach der Verfassung Staatsoberhaupt ist insbesondere den Staat völkerrechtlich vertritt das ist richtig das bezeichnen wir mit diesem Begriff der Staatsform Staatsform kann etwa die Monarchie die Republik oder die Demokratie sein mit Monarchie Demokratie haben wir schon viel bisher zu tun gehabt allerdings die Demokratie ist jetzt keine Staatsform noch einmal zurück zu 35 dort sehen Sie ja bei der Staatsform geht es um die Frage wer ist Staatsoberhaupt und das ist also nichts was mit Demokratie zusammenhängen würde Monarchie ja Republik ja aber Staatsform ist die Demokratie nicht 37 jeder Staat hat ein Staatsoberhaupt für die Republik ist typisch dass das Staatsoberhaupt für seine Amtsführung verantwortlich ist das Staatsoberhaupt einer Republik bezeichnen wir in der Regel als Präsident das ist richtig und Sie wissen ja auch wie unser Präsident konkret heißt das ist eben der Bundespräsident ja das ist unser Staatsoberhaupt das Staatsoberhaupt der Republik Österreich 38 der Gegenentwurf zur Monarchie ist die Demokratie mal so wieder eine ähnliche Frage wie unter 36 die also klarstellen soll dass wir hier die Demokratie nicht als Staatsform sehen sollen ja Gegenentwurf zur Monarchie kann man sagen ist die Republik aber nicht die Demokratie bei der Republik bei der Monarchie da geht es um die Staatsform um die Frage wer ist Staatsoberhaupt um diese Frage geht es aber eben bei der Demokratie nicht 39 die Forderung des Konstitutionalismus des 19. Jahrhunderts war die Republik sie wurde in der Dezember Verfassung 1867 verwirklicht auch falsch weil Forderung des Konstitutionalismus ja erinnern sie sich noch einmal an Konstitutionalismus Konstitution also die Forderung des Konstitutionalismus war nur eine Verfassung zu bekommen das heißt eine konstitutionelle Monarchie war schon ein Riesenschritt im 19. Jahrhundert das heißt auf die Republik war da noch nicht Forderung damals genügte schon überhaupt den Monarchen zu zähmen durch eben eine Verfassung das war dem Konstitutionalismus schon genug und wie gesagt das war ohnehin schon ein Riesenschritt dann zum Streichtext also wir sollen hier wieder die falschen Text Passagen herausfinden nicht nur Ja oder Nein sagen sondern wirklich die Fehler identifizieren so welche drinnen sind es sollen ja vier drinnen sein also immer der Hinweis und auch ein bisschen Hilfe für sie damit sie wissen nach wie vielen Fehlern sollen sie überhaupt suchen Österreich ist eine demokratische Republik ein Blick in den Artikel 1 zeigt uns dass das stimmt ihr Recht geht vom Volk aus auch da reicht ein Blick in den Artikel 1 BVG dass wir sehen dass es stimmt wie die Schweiz ist Österreich eine plebiszitäre Demokratie es haben ja gehört dass wir das gerade nicht sind ja wir sind keine plebiszitäre Demokratie wir sind eine parlamentarische Demokratie wir wählen dass die Abgeordneten unsere Volksvertreter die schicken wir ins Parlament die treffen für uns für das Volk die Sachentscheidungen also keine direkte Demokratie sondern eine parlamentarische eine indirekte ist anders als die Schweiz Österreich wir sagen zur plebiszitären Demokratie auch direkte Demokratie noch einmal um hier diese Begriffe ein bisschen in den Griff zu bekommen das stimmt also plebiszitäre ist die direkte parlamentarische ist die indirekte repräsentative das politische Leben wird von den politischen Parteien bestimmt das ist auch richtig jeder kann eine politische Partei frei gründen ob das so ist schauen wir ins Parteien Gesetz wir haben ja vorhin gesehen in diesem Gesetz sind die politischen Parteien geregelt ja und da heißt in § 1 Absatz 4 die Gründung politischer Parteien ist frei sofern bundesverfassungsgesetzlich nichts anderes bestimmt ist ist also richtig sofern bundesverfassungsgesetzlich nichts anderes bestimmt ist wir wissen auch schon wo bundesverfassungsgesetzlich etwas anderes bestimmt ist nämlich im Verbotsgesetz 1915 1947 wenn wir also eine politische Partei gründen wollen mit den Zielen der NSDAP dann ist das verboten wegen des Verbotsgesetzes 1947 ansonsten ist aber Gründungsfreiheit einer politischen Partei nach diesem § 1 Absatz 3 des Parteiengesetzes 2012 und dieser § 1 des Parteiengesetzes ist ja eine Verfassungsbestimmung also eine Bundesverfassungsbestimmung Österreich ist weiters eine egalitäre eine elitäre Demokratie weil bestimmte politische Rechte privilegierten Gruppen vorbehalten sind Sie haben gehört ich habe es schon richtig gelesen obwohl es falsch da steht hier steht elitäre Demokratie das sind wir selbstverständlich nicht wir sind eine egalitäre Demokratie das ist nicht dasselbe elitäre meint ja geradezu bevorzugte Gruppen und das gerade will die egalitäre Demokratie nicht die politischen Rechte sind geradezu nicht privilegierten Gruppen vorbehalten also aufpassen und sorgfältig und präzise lesen so kann nur Finanzminister werden wer Wirtschaftswissenschaften studiert hat das mag uns sinnvoll erscheinen dass der Finanzminister auch etwas von den Wirtschaftswissenschaften verstehen sollte die egalitäre Demokratie setzt das aber nicht voraus es kann auch jemand anderer Finanzminister werden der gar nichts von Finanzen versteht und der auch nicht studiert hat gut dann als Republik bezeichnen wir Österreich insbesondere weil Österreich keine Monarchie ist haben wir bei den Ja-Nein Fragen schon gesehen das stimmt also so das sind die beiden gegensätzlichen Pole die beiden gegensätzlichen Möglichkeiten einer Staatsform und da wir eben keine Monarchie keine Monarchen mehr haben sind wir Republik unser Staatsoberhaupt ist der Präsident ist der Bundespräsident der wird vom Volk gewählt ist auch verantwortlich das zeichnet die Republik aus damit sind wir am Ende des vierten Kapitels und kommen dann eben die nächste Woche zum fünften Sie haben jetzt gesehen mit diesen ersten vier Kapiteln wir besprechen jetzt nicht alle Fragen mit Ihnen das heißt aber nicht dass die anderen Fragen die unwichtigen sind oder dass die anderen Fragen die sind die nicht zum Test kommen können also das nicht misszuverstehen wir wollen Ihnen einfach einen gewissen Eindruck und Überblick geben worauf es ankommt worauf Sie achten müssen das heißt die nicht besprochenen Fragen Streichtexte können Sie ja selbstständig durcharbeiten und Sie bekommen ja auch eine Lösung dazu so dass Sie dann auch Ihr Ergebnis überprüfen können ob das stimmig ist Dankeschön und bis zur nächsten Stunde Hände